Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Häkelanleitung. Heute zeige ich euch, wie ihr dieses einfache Top machen könnt. Ihr könnt dieses Top in jeder Größe machen und auch die Länge, könnt ihr selber entscheiden. Ich habe dieses Top für meine 16-jährige Tochter gemacht und sie wollte es knapp bis unter dem Bauchnabel. Ihr könnt es natürlich viel länger oder auch kürzer machen. Wir beginnen mit dem Bündchen. Dafür schlagen wir Luftmaschen an, die uns die gewünschte Höhe geben. In meinem Fall habe ich 16 Luftmaschen angeschlagen und mein Bündchen hat eine Höhe von 7 cm. Ihr könnt das Bündchen natürlich höher oder kürzer machen. Und dann arbeiten wir so viele Reiden, bis wir den gemessenen Umfang erreicht haben. Also wie gesagt, meine Tochter wollte dieses Top bis knapp unter dem Bauchnabel. Also habe ich mit dem Maßband diesen Umfang gemessen und dann, wie gesagt, so viele Reiden gemacht, bis ich die gemessenen Zentimetern erreicht habe. Wenn ihr das Top nur bis kurz unter der Brust wollt, werdet ihr diesen Umfang messen für das Bündchen. Wenn ihr das Top viel länger wollt, zum Beispiel bis zu den Hüften, dann werdet ihr diesen Umfang messen und dann das Bündchen so lang arbeiten, bis ihr diese Zentimeter, die ihr gemessen habt, erreicht habt. Wenn wir das gemacht haben, werden wir das Bündchen dann zu einem Kreis schließen, dann arbeiten wir uns in die Höhe, bis unter dem Brustanfang und am Ende machen wir noch beide Oberteile und dann werden wir die Träger machen. Und schon ist das Top fertig. Jetzt schauen wir, was wir dazu brauchen und können dann mit der Anleitung starten. Wir brauchen unsere ausgewählte Wolle. Ich arbeite heute mit dieser Verlaufswolle. Meine Wolle ist eine 100% Baumwolle. Die dazu passenden Häkelnadel, in meinem Fall ist es die Häkelnadel der Stärke Nummer 4. Dann brauchen wir noch eine Schere, eine Wollnadel, drei Maschenmarkierer und natürlich das Maßband, um den Umfang zu messen. Und jetzt können wir mit der Anleitung starten. Zuerst machen wir einen Anfangsknoten und wie gesagt, in meinem Fall werde ich 16 Luftmaschen anschlagen, die mir eine Höhe von ungefähr 7 cm geben. Ihr könnt das Bündchen natürlich, wie am Anfang gesagt, höher oder auch kürzer machen. Ich schlage jetzt jedenfalls 16 Luftmaschen an und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe meine 16 Luftmaschen. Ich überspringe die erste Luftmasche, steche in die zweite Luftmasche hinein und mache eine feste Masche. Ich hole den Faden, ziehe ihn durch, habe zwei Schlingen auf der Nadel, hole den Faden und masche beide Schlingen gleichzeitig ab. Wir gehen in die nächste freie Luftmasche, stechen ein, holen den Faden, ziehen ihn durch und maschen beide Luftmaschen ab. Und jetzt werden wir in jeder Luftmasche eine feste Masche machen. Und das, bis wir am Ende der Reihe angekommen sind und dann sehen wir uns wieder. Ich bin jetzt am Ende der Reihe angekommen. Wir machen jetzt eine Luftmasche, wenden unsere Arbeit und von jetzt an werden wir immer nur ins hintere Maschenglied jeder Masche arbeiten. Und das für die ganzen Reiden, die wir benötigen, um die Zentimeter unseres Umfanges zu erreichen. Also wir stechen immer nur ins hintere Maschenglied ein und machen eine feste Masche. Die nächste freie Masche, ins hintere Maschenglied, eine feste Masche. Eine ganz einfache Arbeit. Immer nur ins hintere Maschenglied einstechen und eine feste Masche machen. Und das machen wir jetzt, bis wir an der vorletzten Masche angelangt sind und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt in die vorletzte Masche gearbeitet und die letzte Masche in jeder Reihe. In der letzten Masche stechen wir immer in beide Maschenglieder ein. Nicht nur ins hintere Maschenglied, sondern in beide Maschenglieder. Wir machen eine feste Masche und das machen wir, dass wir einen schönen, stabilen Rand haben. Dann machen wir wieder eine Luftmasche, wenden unsere Arbeit und wiederholen das, was wir in der Vorrunde gemacht haben. Wir stechen ins hintere Maschenglied jeder Masche ein und machen eine feste Masche. Immer eine feste Masche ins hintere Maschenglied jeder Masche. In der letzten Masche machen wir dann die feste Masche, indem wir in beide Maschenglieder einstechen. Dann machen wir eine Luftmasche, wenden die Arbeit und beginnen die nächste Reihe. Und so werden wir jetzt Reihe nach Reihe arbeiten, bis wir die Zentimeter erreicht haben, die wir für unseren Umfang brauchen. Das machen wir jetzt und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt insgesamt 116 Reihen gemacht. Und wenn ich an der letzten Reihe angekommen bin, mache ich eine Luftmasche. Und jetzt werden wir diese beiden Teile verbinden. Eine ganz einfache Arbeit. Also wir gehen in die erste feste Masche auf dieser Seite. In die erste Masche auf der gegenüberliegenden Seite und machen eine feste Masche. Dann gehen wir in die nächste freie Masche auf dieser Seite. In die nächste freie Masche auf der gegenüberliegenden Seite und machen eine feste Masche. Eine ganz einfache Arbeit. In die nächste freie Masche auf dieser Seite. Auf der gegenüberliegenden Seite und feste Masche. Und das machen wir jetzt, bis wir am anderen Ende angekommen sind. Und dann sehen wir uns wieder. Wenn wir dann am Ende angekommen sind, drehen wir unsere Arbeit auf diese Art und Weise, dass wir die Naht innen haben. Wir machen jetzt drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Und diese drei Luftmaschen stehen für unser erstes Stäbchen. Und jetzt werden wir, also wie gesagt, ich habe insgesamt 116 Reihen für mein Bündchen gebraucht. Also werde ich in dieser Runde 116 Stäbchen aufnehmen. Also für jede Reihe des Bündchens wird ein Stäbchen gemacht. Also das erste Stäbchen habe ich hier auf der ersten Reihe. Wir gehen auf die nächste Reihe und machen ein Stäbchen. Auf die Reihe danach. Auch hier kommt ein Stäbchen. Für jede Reihe, die wir für das Bündchen gebraucht haben, machen wir jetzt ein Stäbchen. Also ich habe 116 Reihen gebraucht. Ihr werdet die Stäbchen aufnehmen, die ihr für euer Bündchen gebraucht habt. Und das machen wir jetzt. Und dann sehen wir uns am Ende dieser Runde wieder. So, ich habe jetzt meine erste Runde beendet. Und die schließe ich, indem ich in die dritte Luftmasche, also am Anfang hatten wir ja unsere drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Wir stechen in die dritte Luftmasche ein, durch beide Maschenlider. Und machen eine Kettmasche. Wir beginnen jetzt unsere nächste Runde, immer mit drei Luftmaschen. Und jetzt ist die Arbeit ganz einfach. Wir machen immer ein Stäbchen über jedem Stäbchen der Vorrunde. Also ein Stäbchen auf jedes Stäbchen, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. Und wir schließen auch diese Runde wieder, indem wir in die dritte Luftmasche einstechen und eine Kettmasche machen. Dann machen wir wieder drei Luftmaschen, dann beginnen unsere nächste Runde. Und dann arbeiten wir so viele Runden, die wir benötigen, bis wir unter dem Brustanfang ankommen. Also in meinem Fall habe ich insgesamt elf Runden gemacht. Wenn ihr zum Beispiel das Stopp kürzer macht, werdet ihr weniger Runden brauchen. Wenn ihr das Stopp etwas länger macht, werdet ihr natürlich mehr Runden brauchen. Also diese Arbeit machen wir jetzt. Ich mache jetzt meine elf Runden und dann sehen wir uns wieder. Also ich habe jetzt meine elf Runden beendet und wie ihr seht, habe ich drei Maschenmarkierer positioniert. Also den ersten Markierer habe ich auf die erste Masche gesetzt. Dann zählt ihr die Hälfte der ganzen Stäbchen und setzt dort den zweiten Markierer an. Also ich hatte eine Anzahl von insgesamt 116 Stäbchen. Die Hälfte davon ist 58, also habe ich den zweiten Markierer auf die 58. Masche gesetzt. So haben wir das Vorderteil vom Rückenteil getrennt. Und dann nehmen wir nochmals die Hälfte vom Vorderteil und setzen hier den Maschenmarkierer an. Also in meinem Fall waren es auf dem Vorderteil 58 Maschen. Also habe ich den Maschenmarkierer auf der 29. Masche gesetzt. So, wir machen jetzt zuerst die erste halbe Seite des Oberteils und danach die zweite. Wir beginnen jetzt hier, wo wir den ersten Maschenmarkierer haben. Den können wir jetzt gleich entfernen. Wir machen drei Luftmaschen. Eins, zwei und drei. Diese drei Luftmaschen ersetzen unser erstes Stäbchen und jetzt werden wir in den nächsten zwei Maschen eine Abnahme machen. Wir holen den Faden auf die Nadel, gehen in die nächste freie Masche, holen den Faden, ziehen ihn durch, haben drei Schlingen. Wir holen den Faden und maschen die ersten beiden Schlingen ab. Diese zwei Schlingen bleiben auf der Nadel. Wir holen den Faden, gehen in die nächste freie Masche, ziehen den Faden durch, maschen wieder nur die ersten beiden Schlingen ab. Und jetzt haben wir drei Schlingen auf der Nadel. Wir holen den Faden und maschen alle drei Schlingen gleichzeitig ab. Also haben wir aus zwei Maschen eine Masche gemacht. Und jetzt machen wir ein Stäbchen über jedem Stäbchen. Wir werden jetzt in jeder Reihe immer am Anfang und am Ende eine Abnahme machen. Wir machen jetzt ein Stäbchen über jedem Stäbchen und das bis uns noch drei Maschen vor dem Maschenmarkierer übrig bleiben. Also wir arbeiten jetzt ein Stäbchen über jedem Stäbchen und wenn uns drei Maschen bis zum Maschenmarkierer fehlen, dann sehen wir uns wieder. So, ich bin jetzt fast am Ende angekommen. Mir fehlen nur noch drei Maschen. Eins, zwei und drei. Die dritte ist, wo wir den Maschenmarkierer drin haben. Wir machen jetzt mit den nächsten zwei Maschen eine Abnahme. So, wir gehen in die nächste freie Masche, Maschen die ersten beiden Schlingen ab. Dann gehen wir in die nächste freie Masche, maschen die ersten beiden Schlingen ab und dann maschen wir alle drei Schlingen gleichzeitig ab. Und haben auch hier jetzt eine Abnahme gemacht. Und in die Masche, wo der Maschenmarkierer drinnen ist, gehen wir hinein und machen ein Stäbchen. Und jetzt können wir auch diesen Maschenmarkierer entfernen. Wir machen drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Und wenden unsere Arbeit. Diese drei Luftmaschen ersetzen unser erstes Stäbchen. Jetzt machen wir gleich in die nächsten zwei Maschen unsere Abnahme. Wir gehen in die nächste freie Masche. Und in die nächste freie Masche. Und machen unsere Abnahme. Und jetzt arbeiten wir wieder ein Stäbchen über jedem Stäbchen. Ganz eine einfache Arbeit. Das machen wir jetzt, bis uns drei Maschen am Ende übrig bleiben. Und wenn uns noch drei Maschen übrig bleiben, ich erinnere euch, dass die drei Luftmaschen eine Masche ersetzen, machen wir eine Abnahme in den nächsten zwei Maschen. Und dann machen wir unser letztes Stäbchen in die dritte Luftmasche, die wir in der Vorrunde gemacht haben. Also wir steichen in die dritte Luftmasche ein und machen ein Stäbchen. Und wie ihr sehen könnt, mit den Abnahmen wird unser Vorderteil immer enger. Wir beginnen wieder mit drei Luftmaschen. Und dann wenden unsere Arbeit. Nach den drei Luftmaschen kommt gleich die erste Abnahme. Und dann machen wir wieder ein Stäbchen über jedem Stäbchen. Bis uns noch drei Maschen übrig bleiben. Mit den zwei vorletzten Maschen machen wir die Abnahme. Und in die letzte Masche, am Ende der Reihe, machen wir ein Stäbchen. Und das machen wir jetzt Reihe nach Reihe so, bis wir am Ende nur noch drei Stäbchen übrig haben. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt meine erste halbe Hälfte beendet und bin oben mit drei Stäbchen fertig geworden. Und jetzt werden wir mit diesen drei Stäbchen unsere Träger machen. Wir werden Reihe nach Reihe diese drei Stäbchen arbeiten. Hier kann ich euch nicht genau sagen, wie viele Reihen ihr machen müsst. Also wie ihr wisst, habe ich ja schon ein gleiches Top gemacht. In der gleichen Größe. Für meine Tochter. Und in diesem Fall habe ich insgesamt 17 Reihen gemacht. Ich würde euch raten, dass ihr das Top dauernd probiert, um zu sehen, wie viele Reihen ihr benötigt. Allerdings würde ich euch vorschlagen, ein, zwei Reihen weniger zu arbeiten, weil die Baumwolle etwas nachgibt und euch sonst der Träger herunterfallen würde. Also die Verarbeitung des Trägers ist ganz einfach. Wir machen immer drei Luftmaschen am Anfang. Diese drei Luftmaschen ersetzen unser erstes Stäbchen. Dann gehen wir ober dem zweiten Stäbchen und machen ein Stäbchen. Dann machen wir in die dritte Luftmasche ein Stäbchen. Wir machen drei Luftmaschen, wenden unsere Arbeit. Die drei Luftmaschen ersetzen das erste Stäbchen. Dann machen wir unser zweites Stäbchen. Und in die dritte Luftmasche das dritte Stäbchen. Und so arbeiten wir jetzt Reihe nach Reihe weiter, bis wir die benötigte Länge für unseren Träger erreicht haben. Und dann sehen wir uns wieder. Also die Länge meines ersten Trägers habe ich erreicht und ich habe auf der Hinterseite des Tops einen Maschenmarkierer befestigt, um zu sehen, wo ich den Träger jetzt annähe. Auch hier kann ich euch keine genauen Anleitungen geben. Ihr werdet euer Top einfach probieren und dann selber sehen, wo ihr den Träger am besten annäht. Eine ganz einfache Arbeit. Wenn wir unsere letzte Reihe mit den drei Stäbchen gemacht haben, machen wir eine Luftmasche. Dann stechen wir in die erste Masche ein, des Trägers. Und jetzt holen wir uns unser Top zur Hand und stechen genau in die Masche ein, wo wir den Maschenmarkierer drinnen haben und machen eine Kettmasche. Den Maschenmarkierer können wir jetzt entfernen. Wir stechen dann in die zweite Masche des Trägers ein und stechen dann in die nächste Masche des Hinterteils in beide Maschenglieder und machen eine Kettmasche. Dann stechen wir in die nächste und letzte Masche unseres Trägers ein, in die nächste Masche auf dem Hinterteil und machen eine Kettmasche. Dann machen wir eine Luftmasche, ziehen etwas fest, lockern die Masche, schneiden den Faden ab, ziehen ihn durch und jetzt werden wir diesen Faden hier im Inneren der Arbeit verstecken und unser erster Träger ist angenäht. So und jetzt machen wir das zweite halbe Oberteil, das genau verarbeitet wird wie das erste, also wir holen uns unseren Faden, unsere Hickelnadel zur Hand. Hier haben wir das erste halbe Oberteil angesetzt. Wir gehen gleich in die nächste freie Masche, holen uns den Faden, ziehen ihn durch, beginnen mit drei Luftmaschen, eins, zwei, drei und diese drei Luftmaschen ersetzen unser erstes Stäbchen. In die nächsten zwei Maschen wird die erste Abnahme gemacht. Also wie gesagt, wir arbeiten dieses Teil gleich, wie wir das erste gemacht haben. Jetzt arbeiten wir ein Stäbchen über jeden Stäbchen. Wir arbeiten uns auch hier den Anfangsfaden mit und wenn uns unsere letzten drei Maschen übrig geblieben sind, machen wir mit den zwei vorletzten die Abnahme. In die letzte Masche kommt dann das Stäbchen. Dann werden die drei Luftmaschen gemacht, die Arbeit gewendet. Und wie gesagt, wir machen das gleiche, was wir auf der ersten Seite des Vorderteils gemacht haben. Dann werden wir unseren zweiten Träger machen, den wir dann auf der Rückseite annähen. Jetzt machen wir diese Arbeit und dann sehen wir uns wieder. So, unser Top ist fast fertig. Was wir jetzt noch machen, wir machen eine Runde mit festen Maschen, um unser ganzes Top, damit wir ihm eine schöne Form geben. Wir arbeiten zuerst auf der Außenseite einer Hälfte des Oberteils. Und zwar gehen wir hier entlang, bis wir oben sind. Dann gehen wir hier auf dem Träger, arbeiten wir, bis wir wieder angekommen sind, wo wir angefangen haben. Dann arbeiten wir auf der Außenseite des zweiten Trägers. Und dann setzen wir noch die Hickelnadel hier irgendwo an und arbeiten auch hier im Inneren. Wir arbeiten auf die Träger. Hier auf der ganzen Hinterseite. Dann gehen wir wieder auf den Träger und beenden die Arbeit, wo wir sie angefangen haben. Also wir holen uns wieder unsere Hickelnadel, unseren Faden zur Hand und beginnen auf einer der Außenseiten. Also wir stechen hier mit der Hickelnadel in einer Masche ein, holen uns den Faden durch, machen eine Luftmasche, dann stechen wir in die gleiche Einstichstelle ein, wo wir gestartet sind und machen eine feste Masche in die gleiche Einstichstelle, stechen wir wieder ein und machen eine zweite feste Masche. Jetzt werden wir hier auf diese, auf diesen seitlich liegenden Maschen, die immer, oder das Stäbchen, oder die drei Luftmaschen sind, immer zwei feste Maschen machen. Und wenn wir an den einzelnen Stäbchen ankommen, werden wir immer nur eine feste Masche darüber machen. Also wie gesagt, wir gehen in die nächste Masche und machen eine feste Masche und eine zweite feste Masche. Hier haben wir die nächste Masche, den nächsten Zwischenraum, der durch die drei Luftmaschen entstanden ist. Wir stechen hier ein und machen eine feste Masche und eine zweite feste Masche. In den nächsten Zwischenraum stechen wir wieder ein, eine feste Masche und eine zweite feste Masche. Eine ganz einfache Arbeit, aber diese letzte Reihe gibt unserem Top eine schöne Form. Also das machen wir jetzt, bis wir hier, also wir gehen jetzt hier unserem Träger entlang, machen die ganze Runde, kommen hier unten an, machen weiter und dann treffen wir uns wieder, wo wir hier angefangen haben. So, ich bin jetzt am Ende angekommen und schließe mich, indem ich in die erste feste Masche einsteche, eine Kettmasche mache, eine Luftmasche, ich ziehe etwas fest, lockere die Masche, schneide den Faden ab, ziehe ihn durch. Diesen Faden werden wir dann hier im Inneren in den Maschen verstecken und jetzt werden wir das Gleiche zuerst auf der anderen Außenseite machen und dann, wie ich euch schon erklärt habe, auf der Innenseite unseres Topps. Und wenn wir das ganze Top umhickelt haben, ist unsere Arbeit auch schon fertig. Wie ihr sehen könnt, ein sehr, sehr schnelles, einfaches, aber schönes Projekt. Ich habe das Top bereits dreimal gemacht, in drei verschiedenen Farben, weil es meiner Tochter einfach super gefällt. Ich hoffe, die Anleitung hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020